Ja, und da hatte ich dann in dem Falle voll abgelost. Ach, schon wieder ein Schatz? Ja, immerher damit. Hey, jetzt habe ich schon 844 Punkte bekommen. Das ist von mir. Achso, ja, das ist mir ja Statistik. Da ist mir auch mit einer negativen Quote raus. Wie bitte? Statistik. Ah, schnell! Oh Gott. Die Verbindung ist gerade so schlecht. Trocken dorks. Ähm... Ich sitze so nah dran, ich kann das nicht entziffern. Dann kommen wir sieben. Bitte was? Ja, wenn die Staffel auch immer daneben schießt. Die war krumm, genau. Nein, nein, hier zwei Schuss-Null-Treffer. Ich finde mich toll mit meinen Chucks. Yay! Ich habe mir bei GTA welche gekauft. Gekauft? Das war Vogelwind. Ich überlege echt schon seit lange, ob ich meine Penisbrille nicht abnehmen soll und stattdessen irgendwas mit schneller Zielen nehmen soll. Und wie behindert siehst du dann aus? Das weiß ich nicht. Das kann alles sein. Vom Schweizerhelm über den Trinkhelm bis hin zum Ritterhelm. Vogelnest gibt es ja, glaube ich, auch noch. Ja, ja, aber das hat irgendwas anderes. Vogelnest war nur das, was alle als erstes freigeschalten hatten im Deathmatch. Ich bin ja über einen langen, langen Zeitraum, habe ich ja wirklich alle Schätze in allen Modi selber erspielt. Das hat lang gedauert. Also, das. Also los, ich bin hinter dir. Uh! Yeah! Bam, bam, und dann toll. War ich gerade toll, die Show für die Cam und was ist? Ach, da steht einer. Wieso steht der da? Ja, ein Toter. Achso, du hast einen anderen stehen. Da ist einfach einer, aber das war gar nicht der erste. Irgendüber. Ich habe leider jetzt die... Toter. Da kommt noch was, ich hüpfe mal rüber. Jo. Alter! Was? Ich bin kilometerweit weg und der kann mich wieder grapschen. Ach, der Kanate interessiert mich. Was interessiert mich? Du grapschenig, klar. Nicht klar, nee. Schnuchte. So, der Rote, ihr schiebt's doch auf dich. Ja, der Rote. Oh, zwei Rote. Na, voll was. So, gut. Vollfamikate jetzt, komm. Chaka. Ich hab ne Granate hingerufen. Ja, aber nachdem ich schon abgestimmt wurde, hältst du ja für den Deck hier. Boah, was geht da hinten ab? Ich hab keine Munition mehr. Das macht nix. Sterb, dann kriegst du immer wieder neue. So mache ich das auch. Genau, nur deswegen sterben wir. Wenn wir keine Munition mehr haben, dann... Oh mein Gott. Gebräck! Ich bin da einmal schon weggerollt gewesen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hast du dir die selber vor die Füße geworfen? Ja, ja. Ja, da hinten ist noch was. Ja, komm, wir highfiven erstmal. Der kommt schon, der zaubert bisschen, der kommt. Von hinten! Auch noch. Ja, noch einer. Hier ist er denn jetzt. Oh, noch einer! Oh mein Gott! Das geht ja voll aus, ey! Da kommt nur einer! Da kommt nur einer! Oder die Füße, oder beides! Bin mal, ich bin weg! Bin weg! Ich bin da! Nur einer! Oh Gott, ich springe in die Granate! Hast du denn schon tot gemacht jetzt? Das ging ja wieder, das ist doch. Mensch, so. Also ich hätte ne Pussygranate. Oh, da kommt einer! Oh, da kommt einer! Oh, ich stepp's schnell weg! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab im Reflex gehandelt und hab die Granate fallen lassen. Aber ich hab ja vorher die Megabombe draus gemacht. Verdammt! Nur dieser Reflex! Selbst im Koop handel ich manchmal aus Reflex und lass dann die Streubombe im Rollen fallen. Das ist auch besonders unklebber. Weil man ja selber dann drauf geht, leider. Wo bist du? Oh, da kommt er doch! Boah, bei mir lecktes. Ich bin so schnell, ich hab nicht mal 25 bekommen. Das ist ja übel. Da kommt wieder was. Da kommt er! Nein! Von der Seite auch wohl! Die Seite hab ich. Oh, ich bin am lecken, das ist schlimm. Fand ich, bestimmt der andere. Da hinten läuft keiner. Da hinten läuft keiner. Da hinten läuft keiner. Da hinten läuft keiner. Der geht rechts rum. Nein, läuft stehen. Nein. Komm nicht hin. Geflüchtet. Ich hab's neinander gesehen. Ist wieder da. Ah! Shit, ich bin woanders. Das ist ein Scheißwitz, dieser Fünf-Kleder. Ich hab schon hunderttausendmal auf den geschossen. Dann kommt der. Ich weiß nicht, wie der ist ins Tod. Versteh's nicht. Ich weiß, da kommt der. Da kommt der Schläger. Hoch jetzt. Dann will ich. Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Ist doch kein Safe, wenn du sie fallen lässt. Wenn du sie nur fallen lässt, ist die ein Safe. Wenn du sie schmeißt, bin ich am Sack. Ich vergesse es jedes Mal. Hauptsache, zammtschrieben. Weg, weg, weg! Wieder, Schatz! Okay, du gehst unten. ja ich will da hoch, wo geht es denn jetzt mal hoch? oh nein da sind zwei das gibt es nicht, der hatte Ruhe, ich schieße doch genauso auf den der hat jetzt noch ewig gebraucht, bis der Raufschnell getötet hat das gibt es nicht, aber wirklich nicht trotzdem eine spannende Lobby sind das zwei Dark Hounds oder sind das keine? ich habe das Gefühl, die sind unter uns der stirbt nicht das ist ein Wild! ey, zweimal und jetzt habe ich es ganz bestimmt getroffen ich habe echt mal drauf geschaut, das gibt es nicht mann doch ist das ärgerlich brauchst du? hast du dann voll? richtig, ich habe sieben Zehn tatsächlich ach, nehm ich jetzt nicht zu oben dann... ok Mann, was exzelt der denn jetzt zu kurz? oh oh ich habe jetzt zwei bei mir noch ein paar, gell? oh Gott, hier ist auch noch ah! der stirbt nicht, dass du das sehn! ach, jetzt! alter Weißel Scheiße ist wieder auf deiner Seite jetzt macht doch keinen Spaß Mist einer ist hoch mit einer gelben Hose ich soll sie fast einfach nicht mehr sehen, oder was? oh, jetzt wechselt meine Alte wieder auf die Waffe ah! komm, stirb ähm, die hängen auch sehr witzig dort aber wo hat die der Ronsch wegschossen? ich habe nicht beide Kills gekriegt komisch ich fing zwei an der Wäscheleine ah! nein! da ist ein gelber! yeah! da ist noch einer nein! boah! wuhu! halleluja das ist aber auch eine schwere Geburt jetzt gerade warte ha? juhu! ich bin schon ein bisschen besser, schau! 30 ist besser und positiv! yeah! schau's ha 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 väl weiß nicht bis gesんだ wetles Vielen Dank.